Im Kurstuhl ist der Teufel los, die Kühe sind ganz verrückt. Dem Jungstier hat zum ersten Mal die Männlichkeit gejuckt. Der alte Stier schaut traurig drein und denkt sich voller Neid. Bei mir ist aus, bei dem geht's an, die wunderschöne Zeit. Bei mir ist aus, bei dem geht's an, die wunderschöne Zeit. Die Beierin sagt zum Bauern dann und schaut ihn spürtisch an, dass so ein junger Stier nur so oft was machen kann. Er sagt, das ist ganz einfach so und nebenbei noch klar. Der Stier, der hat zehn Kühe und ich hab eine das ganze Jahr. Der Stier, der hat zehn Kühe und ich hab eine das ganze Jahr. Ja, so ein Stier, der hat es schön, braucht mir auch Brautschau gehen. Die Kühe, die kommen selber her, ist das nicht wunderschön? Ja, so ein Stier, der hat es fein, es braucht keine Bettelei. Die Kühe, die kommen selber her, ist das nicht wunderschön? Die Kühe, die kommen selber her, ist das nicht wunderschön? Die Kühe, die kommen selber her, ist das nicht wunderschön?